Hallo Freunde, hier ist DJ Hilmar. Nicht mehr aus Rostock. Wir wohnen jetzt in Saarnitz, also sind nach Großwiese gezogen. Schöne Grüße vom Dorf. Ja, warum geht es heute? Ganz einfach, es geht darum, für viele, die jetzt dieses Jahr heiraten, so schnell wie möglich noch den DJ buchen. Wir haben nur noch wenig Platz im Kalender. Also bitte, bitte, ganz wichtig, denkt daran, der frühe Vogel fängt den Wurm und ich denke mal auch den Wunsch DJ, euer Wal. Also nicht vergessen, ich freue mich, dass ihr bei mir vielleicht auch noch mal auf meine Seite vorbeischaut, www.dj-hilmar.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wie ihr möchtet. Bye, bye, euer DJ Hilmar.